und damit herzlich willkommen zu level 23 ich habe hier schon etliche male versagt ich kann es gar nicht mehr zählen darum lasse ich es einfach und wir probieren hier noch einmal von vorn alles durch ja dann schauen wir mal das können wir mal was bei denen hier ich versuche es ist dauernd 4 jawoll soll ich das sehen ohne moment der papa dort auch mir wird man schlechten fünf holen so machen wir den jetzt sicher genau dort dahin und dann machen wir immer noch den dauer und da haben wir hier schon mal fast alles weg ist immer noch die drei irgendwie kriegen aber das schafft wir auch noch zu jürgen und das bringt ja an sich eigentlich relativ wenig moment erst überlegen schaffen wir hier in der gegend 4 es sieht nicht gut aus doch war das sieht gut aus schaffen wir einen vier jetzt müsste das doch einen runter schaffen wir das meine freunde der leichte nacht schaffen wir das ich will den hier reinkriegen das muss doch gehen ich übersehe es bestimmt sagt mir doch ach siehst du alles stimmt nein 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 es kann doch nicht sein ich kann euch einfach nicht sagen ja ich krieg hier einfach zu viel tja da ist einer aber das viel zu weit weg ich mache ich das hier die bezüge habe ich noch 32 glaube ich gut sieht am anfang immer aus so ich mache mal so weit und geht mir die bombe noch ein stück auf das ist auch sehr gut computer hast du mal wieder mit gedacht ausnahmsweise immer hier eventuell ich bin ich niemals darüber auch von drecksmist dort direkt das bin ich so ordinar und dann nehmen wir mal einfach gehen darüber und machen das damals auch wieder jetzt schon mal machen und da man die erste sternstufe erreicht die sternstufe verstehe ich nicht wenn ich den grünen hier runter bekomme wird morgen noch was sie kriegen allerdings bin ich als skeptisch es geht so die da zufrieden oder sei noch einer eigentlich schon nicht darüber aber einer ja und die ich auch nicht darüber m die züge habe ich noch 18 züge habe ich jetzt noch um das sieht nicht gut und ja 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 gut und er wird nicht mehr erwischt er wird nicht mehr erwischt hier ist das geil äh blau haben wir noch gut ich würde sagen ich klack das hier mal runter ich würde gerne den blau da hinten erwischen genau so jawoll und wir haben es geschafft was sind wir was sind wir einfach noch behelden und ihr seht schon jetzt werden die folgen langsam auch ein bisschen länger wir sind jetzt bei 4 minuten 20 es wird natürlich jetzt wesentlich länger alles aus dem es ist die mit 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 mit